heute ist schon der achtzehnte dezember wir müssen nur noch sechsmal schlafen und dann kommt das christkind aber ich weiß immer noch nicht was ich mir zu weihnachten wünschen soll kasperl ach polizist na kasperl hast du dir einen lebkuchen gewünscht oh ja beinahe hätte ich mir einen lebkuchen gewünscht und ich hatte schon als christkind geschrieben aber dann kam meine liebe gretel und hat mir einen lebkuchen geschenkt ach jetzt hast du schon einen ja und da ist sie doch traurig wenn ich mir vom christkind auch einen wünsche ach vielleicht wünschst du dir zwei lebkuchen na ich glaube das ist auch nicht so eine ganz gute idee ach wenn ich nur wüsste was ich mir wünschen soll wenn es weiße flocken schneid he schneemann was singst du da so schönes ach gar nichts gar nichts gar nichts eigentlich sing ich gar nichts aber du hast doch was gesungen ach das war nur so es klang aber schön ach das war nur so du schneemann ich hab immer noch keinen weihnachtswunsch und ich glaube da werde ich gar nichts vom christkind kriegen ich glaube du wirst doch etwas kriegen wenn es wenn es weihnachten wird wirst du was kriegen ach du lieber schneemann du mach's gut mach's gut kasperle und freue dich schon auf weihnachten ach wie soll ich mich auf weihnachten freuen der kasperl meiner hätte ich mich verraten aber oh vanilieeis he du halt die klappe vanilieeis he krokodil du dummes ding du sollst nicht so zu mir sagen ich sag auch nicht wieder so aber du kannst mithelfen weißt du was wir singen ein lied für den kasperle und du darfst mitsingen hör zu ich sing dir vor und dann singst du mit gut das können wir tun wenn ihr am kalender seht dass das jahr zu ende geht kommt sie an die gute zeit wo es winter wird und schneit und wir wollen brav und freundlich sein weil wir uns so auf das christkind freuen wenn es weiße das muss wirklich beute sein also also vanilieeis und 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 und